Das gibt jede Menge Geld. Ein Drift-Event in der Nacht. Kann man nochmal machen, aber ich interessiere mich gerade tatsächlich sehr für diese 15.000 hier oben. Die werden schon... Die werden schon nice. Wofür mich auch interessiert, ist A für eine... für eine... Reparaturanlage. Oder Autos. Und B, ich möchte nicht mehr bitte auf 3 sein. Ich habe auch Angst vor 4. Und vor 5. Ich weiß nicht, ob es hier Helikopter gibt. Oh, Helikopter waren damals so unsagbar fies. Achso, das muss ich gar nicht. Helikopter waren halt einfach so unsagbar fies. Zerstöre 4 Bearcars, schließe einen Speedrun ab während einer Verfolgungszeit mit Verfahren in Stufe 2, schalte einen Kopf während eines Rennens aus. Ich habe mir immer nur kurz die Nachtherausforderungen angeguckt. Ich denke mal, wir kriegen extra Geld, wenn wir das schaffen, aber drauf Fokus werde ich jetzt nicht. Ich kriege ja kaum mein Auto so unter Kontrolle. die wollte ich einmal mitnehmen. Ah, Wasser! Egal. Das hat den Kopf abgelenkt, dass wir ins Wasser gefallen sind. Das hat ihn verwirrt. Er dachte, was ist denn das für Ener? Oh, ich wollte den ran! Na ja, wir sind trotzdem an ihm vorbei. Das interessiert deinen Kollegen auf jeden Fall nicht. Ich wollte es nur mal sagen. Das interessiert deinen Kollegen nicht. Ich weiß nicht, wer uns beobachtet, ehrlich gesagt. Aber ich sehe, dass da vorne wieder ein Interceptor ist. und, ne? Test! Test, ob auf Hupen reagiert. Ich glaube nicht. Alter, du kommst ja nicht dazu, hier irgendwo hinzukommen, weil du halt überall nur Kopf rumnückeln. So. Wir sind da. Ich glaube, das wird hart. Ja, das wird uns Platz 4 vorhergesagt, wieder gegen Justitia und alles. Ich gebe mein Bestes, also gebe ich mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, also gebe ich mein Bestes. Weil wenn ich mein Bestes gebe, gebe ich mein Bestes. Also gebe ich mein Bestes. Puh. Und dann hoffentlich, puh. das war ein sauberer Start. Das war gar was. Wir machen ernst, ja? Warum fährst du mehr rein? Werd ich nicht. Entschuldigung, du bist mir vor die Nase gefahren. Oh, ihr seid Schweine. Das ist eure Schuld. Scheiße. Die ziehen uns aber auch ab ohne Ende. Die fahren auch an uns vorbei ohne Ende. Ehrlich. Die sind richtig Knülle. Die anderen beiden sind Kilometer weit entfernt, oder was? Wie fühlt man sich hinter dem Rossinator? Den Rossinator? Oh, bitte nein. Was machst du auf? Das muss ich dir lassen. Was habt ihr fürresten vor? Leider hat mein Auto Grip verloren vorhin. Warum gehst du so in den Drift, Junge? Warum? Warum? Was ist passiert mit deinem Leben, dass du so in den Drift gehst? Ich habe noch nicht mal gebremst. Das nervt. Mach das doch nicht. Nee, ehrlich. Mach das nicht. Mach das einfach nicht. Kurz bremse und plötzlich senkrecht. Ich weiß nicht warum. Manchmal, manchmal ja, manchmal. Wir waren sogar auf der Straße. Manchmal ja, manchmal nein. Nein. Das ist so hart random. Den habe ich nicht gesehen. Den haben wir aber auch gerade noch so ausgegriffen, quasi. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. würde ich ja gerne aber ihr seid schneller als ich die haben das auto aus die haben den kopf auszuschalten ich war es nicht die schlingelstreife wie lange wir irgendwo in dieser region sind 345 bin ich hoffnungslos zufrieden und vor wen haben wir noch mal raus aber jetzt krieg ich die schon gar nicht mehr ich krieg auch kein windschatten mehr ich krieg auch schon gar kein windschatten mehr jetzt das war es weiter vorkommen wir nicht mehr ich kann nur über windschatten und nitro gewinnen aber so wir kommen nicht weil ich komme nicht näher ran ich sehe den gesuchten street racer wenn ich die gebühren nicht zahlen kann krieg ich nie mein abschluss zentral ist greife kommt dazu und ist bereit das ziel auszuschalten das ist übel zusammenstoß im verkehr zusammenstoß im verkehr ich komme nicht in den windschatten von ihnen da vorne ich weiß nicht ob uns das eher geschadet hat oder nicht ich weiß aber dass hinter mir einer ganz nah dran ist glaube ich der ist nämlich voll in uns drin der tut aber platz 4 bin ich vollkommen zufrieden mit ich bin vollkommen zufrieden mit platz 4 das war nämlich gar nicht mal so einfach und der typ da in seiner eclipse hing uns ganz schön im nacken aber wir haben ross besiegt alles gut wir haben ein bisschen geld gemacht es ist wirklich nicht viel aber wir haben ein bisschen geld gemacht startgeld war halt auch sehr hoch ne aber ich schaffe nicht mehr mehr schaffe ich nicht da muss schon glück aus manövrieren vermeide den kampf geh in deckung um dich vor hubschrauber scheiße ich bin nach hause ich gehe nach hause ich habe keine lust mehr ich schaffe das nicht mehr da fliegt ein helikopter scheiße ich muss noch den drift machen ja ist das so muss ich noch den drift machen ja oh fuck it jetzt ist hier echt noch ein helikopter und irgendwelche böse aussehen die kommen alle auf mich zu ich hoffe der kommt hier jetzt einfach nicht der helikopter hat uns der helikopter hat uns halt einfach ne ich habe mega schiss grad die nehmen uns ran wir können ja jetzt schon sagen die nehmen uns die nehmen uns richtig ran die schweine ich weiß noch nicht wie ich den helikopter jetzt ausschalte ich weiß noch nicht wie ich den jetzt ausschalte den helikopter ich habe noch keine idee was ist das handbremsenmanöver achso da zieht ich einfach weg ramme ok cool nette handbremse ich vermute mal kann nix der ist der der ist direkt vor mir gespawnt der ist direkt vor mir gespawnt der ist halt direkt vor mir gespawnt der helikopter ne ich darf nicht ja versuch mit der handbremse ja versuch mit der handbremse wir können nicht mehr lange dran bleiben nagelband voraus das sollte sie aufhalten seit gerade Zielperson ist entwischt der wagen hat uns bei edgewater abgeschüttet spülen wir das Arschloch auf wir stehen wie ein haupt sauber sauber wir haben es geschafft wir haben es geschafft nice ha sehr gut genau hab grad gehört dass die lager da draußen ziemlich heiß werden ja ich hab mich ein ich lass mich echt krachen ok aber sei vorsichtig nicht dass man dich mit dem haufen kohle ermischt ich auch nicht danke fürs aufpassen right here ok in bohem erkennt er uns trotzdem ey der helikopter ist ja wohl die richtige vergewaltigung wa ey der helikopter der spawnt einfach irgendwo und ist dann einfach böse unterwegs ja wir nehmen die verfolgung auf team wir nehmen die verfolgung auf team es wurde hart gerannt wir können euch entspannen sonderwagen ist hier wir halten nicht mehr lange tot zentrale das ziel ist weiter unterwegs sonderwagen hier ruhen die verfolgung auf nagelband voraus das sollte sie stoppen für die tankstellen abgeschlossen das ist hier ok wir haben Donnerhammer oder wie auch immer der sich schimpft da wäre oh Gott das große Ding da alter können wir mit dem hier lang fahren nein warum nimm mal Arschloch hey 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 mister groß oh Ich werde den Scheiß hier nicht los, ey, ehrlich. Au, du tust aber weh, Kumpel. Aber ich glaube, ihn hat es auch ein bisschen erwischt. Aber au, ich habe es definitiv mehr erwischt. Oh, scheiße, Mann. Aber ich weiß nicht, wer jetzt schneller ist. Sein Wagen oder mein Wagen. Aber ich habe das Gefühl, sein Wagen. Ja. Ich bin doch nur nach Hause. Ey, die Helikopter und sowas, ne? Also, den hätten sie sich auch echt sparen können. Der findet Einheit immer, ne? Ah, Wasser! Hi, na, Kumpel? Das geht. Bitte geh weg. Echt? Der Helikopter ist weg. Interceptor ist hinter uns, Undercover ist hinter uns und Anderer ist hinter uns. Interceptor ist nicht mehr hinter uns. Ah, ne, der, 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 die Rammelbude ist nicht mehr hinter uns. Weg, weg. Aua! Rammel mich nicht. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Nicht locker lassen. Verstärkung kommt. Das Nagel, oh, da ist schon wieder eine Heli. Flop, flop. Ich krieg die nicht los. Bei dem Arsch hinten rein. Oh, das war's. Hast du das Arschloch gefunden? Mann, hör auf. Verstärkung trifft wieder ein. Au. Hi, Entschuldigung. Au. Oh, du Püppel. Mein Auto kann nicht mehr. Wir brauchen eine Tankstelle. Ich dachte, wir sehen so eventuell Tankstellen. Der Interceptor macht uns halt hier gerade mega fertig, ne? Alle Einheiten. Subjekt flieht Richtung Southland Drive. Luftfahrer in der Luft und vor Ort, Zentrale. Luftfahrer in der Luft und vor Ort, Zentrale, wir wurden gerannt. Setz ist er weg. Nice. Nagelband vor Ort. Das sollte sie aufhalten. Im Ernst jetzt? Zentrale, sie ist hier entwischt. Oh, fuck it. Achtung, Racer auf Roadkill Drive entwischt. Suchen wir das hier zum Park. Darf ich jetzt bitte nach Hause? Bitte. Ich möchte, ich möchte einfach nur noch nach Hause. Alles. Ich will nur noch nach Hause. Ich wollte den Drift machen, aber ich will nach Hause. Ich will einfach nur noch nach Hause. Die Elikopter spawnen überall und... Und überall sind böse Autos und... Ich komme einfach nicht nach Hause. Alter, wie hart habt ihr das denn gestellt hier alles? Lecker, Mio. Langsam wird es ein bisschen... Oh. Ey, ich habe keine Chance, nach Hause zu kommen. Wir können keinen Meter fahren, ohne dass ein Cop in der Nähe ist. Nicht mal mehr einen Zentimeter können wir fahren. Ey, wir können gar nicht gewinnen. Und bis... Ja, endlich, endlich ist es vorbei. Es ist halt irgendwann auch vorbei. Ey, sorry. Das ist aber auch eine ganz oben Nummer, oder? Ey, sorry. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ich kann nirgendwo irgendetwas sehen. Ich kann nirgendwo hingehen. Ich kann nichts machen. Also, bitte. Ja, es soll schwer... Aber das ist ja unmöglich. Ich kann... Ich kann... Ich bin fünf Meter gefahren. Instant waren zehn Polizisten hinter mir. Fünf Meter gefahren. Zehn Polizisten. Fünf Meter gefahren. Zehn Polizisten. Ne, komm. Also, bitte. Ey. Und wir spielen auch noch auf einfach. Aber das ist ja nicht... Das ist ja lächerlich. Entschuldigung, das wird lächerlich. Sie ist schnell, klar, aber... Der neue Schlitten... Ey, sorry. Das ist... Das ist... Das ist sehr, 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 sehr lächerlich. Entschuldigung, aber wirklich lächerlich. Wie soll man da... Wie... Haben Sie sich überlegt, wie man das machen soll? War da irgendjemand und hat da tatsächlich drüber nachgedacht? Ey, sorry. Für mich hat da keiner dran nachgedacht. Kein Schwein hat auch nur annähernd sein dummes Gehirn dafür eingesetzt, darüber nachzudenken, dass man vielleicht nicht alle fünf Sekunden einen Helikopter über dir spawnt, weil der ist weggeflogen, hat getankt und instant über dir war ein Helikopter. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Du stehst irgendwo im Grünen... Du kannst dich gar nicht vorwärts bewegen, ohne nicht von irgendwelchen Helikoptern gefunden zu werden. Ich bin doch nicht irgendwie eine U-Bahn oder sowas. Das heißt, stell dich irgendwo drunter für die Helikopter. Äh, du mich auch. Der kreist... Der weiß genau, wo du bist. Der kreist halt nur um dich. So ein Fick, Alter. Ehrlich. Der kreist halt nur um dich. Der macht halt gar nichts. Der will ja nichts anderes machen. Der kreist nur um dich. Oh, ich hab keinen Benzin mehr. Stupp. Instant spawn ich über dir. Hallo. Ne, das ist lächerlich. Sorry, aber... Ne. Ne. Also 5 Sterne oder 5 Flammen oder was weiß ich, Stufe 5. Du kommst einfach nicht zurück in der Garage. Schaffst du nicht. Kannst du gar nicht. Die Autos spawnen ja neben dir. Du hast ja gar keine Chance. Wie soll ich denn irgendwie... Wie gesagt, die Garage war ja nicht mal mehr weit entfernt. Die war vielleicht einen Kilometer entfernt. Aber wenn alle 100 Meter irgendwelche Cops kommen, die dich instant zerficken, da hast du keine Chance. Also da muss man... Weiß ich nicht. Ich weiß, es ist Stufe 5, aber ich... Es ist einfach... Ne. Es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Weil... Chanzenlos. Ich meine, ja, die Interceptor, die sind einfach schneller als wir. Die sind einfach schneller als wir. Es ist einfach so. Die sind halt... Die sind halt schneller gemacht als wir. Ja, ist ja halt, ne. Das Auto kaufen wird aber auch so schnell nichts, wa? Meine Güte. Du brauchst ja richtig Kohle. Und jedes Mal verlierst du ja alles, ne. Du verlierst halt immer alles. Du hast halt keine Chance, weil du halt echt immer alles verlierst. Das ist halt so ein bisschen das Traum... Also, ja, es... Es ärgert mich halt extrem. Weil wir halt... Unser ganzes Geld verloren haben. Und einfach keine Chance hatten, nach Hause zu kommen, ohne dass wir... Wir hätten einfach aussteigen müssen und zu Fuß laufen müssen. Das Auto stehen lassen, holen wir am nächsten Tag ab. Aber verstecken bringt ja nicht mal mehr was. Weil, dann fährt der... Hatten wir ja. Dann fährt der Kopf an dir vorbei. Dann fährst du langsam und ruhig hinterher. Zack, Helikopter links. Kopf von vorne. Anderer Kopf. Platt. Also. Ne. Entschuldigung. Also. Stufe 5 kannst du gar nicht überleben. Na gut. Vielleicht können wir Stufe 5 auch einfach noch nicht überleben, weil wir noch zu schwach sind. Ich weiß es nicht. Aber das ist einfach nicht überlebbar. Okay. Äh. Ja. Ich mache sowieso Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Es... Ja. Schade. Schade, dass wir unser ganzes Geld verloren haben. Wir hätten mit den 17.000 echt viel anfangen können. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Naja. Wir haben tausend. Tausend. Tausend Geld. Toll. Und wieder bei Null starten. Alles klar. Na gut. Äh. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann einfach nur noch. Keine Ahnung. Bobbycar fahren. Ist angenehmer. Ne. Es ist einfach. Es war einfach. Ey. Ehrlich. Vom Ausweichen her ist es ja. Und. Ja. Ne. Einfach nur Hardcore. Okay. Es war einfach nicht zu gewinnen. Ich habe versucht in die Garage zu kommen. Es war einfach nicht zu gewinnen. Vielleicht hätte ich mich erstmal 10 Minuten irgendwo unten mit Motor aus. Hinstellen müssen. Dass sie sich vielleicht verstreuen oder sowas. Aber. Sie sind ja einfach in deiner. In deiner Umgebung gespaut. Und das ist kacke. Naja. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.